Die Suche lohnt eine zur nächsten Folge von Borderlands Pre-Sequel und wir waren hier stehen geblieben Bei denen hier Irgendwie schießt das nicht so ganz durchgängig jedes Mal Wir müssen weiter zum Maschinenraum Nein, die erstellen hier so Schockscheiße Ey, ey, ey Ultra nervig Oh, jetzt bräuchte ich hier schon wieder eigentlich ne Sniper, ne? Egal, ich geh jetzt durch Oh, oh, geschützt von oben Das ist kacke, aber ich baller's weg So, ich seh schon die Geschosse auf die Zufliegen Ich halt grad Taste gedrückt Manchmal geht's schneller, manchmal nicht so schnell Ja, ja Oh, Exklusions fast noch Ich geh wieder weiter Ich geh zum Maschinenraum Dann will ich zurück in die Stadtwandler und mein Inventar wieder loswerden Entrumpeln Oh Achso, ich bin übrigens auch ein bisschen im Voraus aufnehmen Das heißt, wenn ihr Tipps habt für Wandlerwaffen Äh, ich konnte es noch nicht gucken Ich mach einfach mal Im Voraus schon mal Wie du ordentliche Zerstückelungen Bin ich was parat, damit ich das die Folge mal ewig brauche, ne? Oder aussetzen Ich hab nix mehr zum Nachladen, Freunde Das ist nicht gut Jetzt hab ich wieder was zum Nachladen Ich hab wieder was zum Nachladen Gut Jetzt muss ich irgendwie noch hier hochkommen Okay Damit Treff ich nicht, verdammt Äh, klasse Nichts so Jetzt Der andere Sau ist immer meistens Geld drin eher Und hier oben rein Oh Sieh dir das an Hallöchen, glänzender Konverter Schön, dass wir uns hier treffen Lass das, Junge Das gehört dir nicht Was? Halt ihn auf, meine flauschige Koala-Niedin Diese diebische Ratte Zertritt ihn Verbrenn ihn Nur die Ruhe, Liebster Ich tue, was ich kann Nein, tue ich nicht Das macht Spaß Ahja Ich geh mal ganz kurz einkaufen Und weiter geht's Eieiei Die kriegen noch danach zu, dass ich jetzt mal mal Schaden Na Liegt der da? Ist der da fertig? Ne, ja lecker Granat im Gesicht Der ist weg Ja Ich krieg die nicht kurz So, da oben steht ein Geschütz mal wieder Ach, nachladen, ey, das ist Also optimal ist die Waffe hier auch nicht Ne, da hoffen ich, ich treff damit Ich treff damit nix Du musst echt auf Zufall hoffen, dass du es triffst Aber richtig heftig So, lass mal durchgehen Ich muss nochmal überlegen, zu welcher Waffe ich wechsle Ey, die Namen jedes Mal einfach nur ihrer Was ist los mit ihr? Muss gleich mal die andere Schrot wieder auspacken Wisst ihr was, das mag ich jetzt auch gleich mal Die andere Schrot ausholen Wir nehmen die da Oh Oh Das ist gar nicht gut Na, ich bin gleich tot Ich muss direkt davor stehen bei dem Teil Oh Oh, du triffst echt Echt trotzdem nix mit der, ne? Bist am Arsch, ich weiß Guck mal, meine Standard Legendary noch funktioniert Oh, geht immer noch Ey, die geht immer noch super gut, ey Das ist krass Komm, Mondstein Mondstein Danke Das war ja klar Ja, gut, kann ich jetzt auch nix machen, ne? Naja, kann ich nix machen RIP RIP, keiner in der Nähe gewesen Ich halte zu wenig auf, dass ich ständig wiederbelebt werde Also es ist furchtbar Furchtbar, furchtbar Im Dienst zu sterben ist Hochverrat, darauf steht die Todesstrafe Ja Naja, das macht doch Sinn Dann eben, äh, gleich im Anschluss Nochmal Okay, wieder da Ich hab grad nebenbei noch ein Video auf dem Hauptkanal hochgeladen beziehungsweise veröffentlicht Und, äh, daher musste ich mal kurz Muss nicht irgendwie hier rüber Ja, doch, ich muss da rüber Ich fliege! Okay Naja, da muss ich mal ganz gut auf Öffentlich klicken und einstellen und so und deswegen Zum Glück merkt man meine Cuts kaum Gehen ziemlich zügig rüber Ziemig zügig weg meine ich Auf Wiedersehen Ey, das Ding ist Level 8 und trotzdem kann ich hier alles weg trotzdem fassen Auch noch fast Ich find's übelst praktisch hier das Teil Na Gott Nein Der hält einiges aus, das Vieh Auch Skid weniger Kauzität, Schmetterschand Ich hab auch noch nicht Im Blut, wie das im Schmettern funktioniert Ne, Geva kann doch die, wie kann ich schon mal Wie kann ich denn Ich hab's vergessen, wie es geht Ich benutze es auch nicht Ich bin zu sehr ans andere Borderlands gewöhnt Na, das mach ich mal weg So, nach oben Ah, okay, vorne geht's lang Dann kann ich, na ach Gott, da kann ich mal auch laufen Montier rein Hey Kleiner, sicher, dass es hier Gefechts-KI gibt? Diese Piratensäcke hören sich an, als hätten sie nicht alle Eier in der Pfanne Kapiert? Äh, Säcke? Eier? Es heißt, bevor der Bootsmann zu einem Wilden wurde, war er ein begnadeter KI-Techniker Möchte man gar nicht glauben jetzt, wo er so verzückt, äh, verrückt ist Aber was kümmert's dich? Wurdest du nicht gefeuert? Wenn ich mit einer Armee von Badass-Robotern auf der Helios einmarschiere, werde ich so schnell geunfeuert, dass Tacitus ein Pädoschnurrbart aus der Visage fliegt Dreh mir meine KI-Kern Äh, okay Okay Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition Du bist nicht sterben, ich brauche dein Geld Äh, kann ich vorweist laufen? Da Wir können das Kraftfeld abschalten, das den Weg zu, nun, zu mir versperrt Oh Ich will den Hauptenergiekern im Maschinenraum rausnehmen Das wird die Hauptsysteme der Drakensburg durcheinander bringen Das war auch im Bug, das ist einfach hier durchgelaufen Und aktualisiere gegebenenfalls dein Echo Aber der Bootsmann wird haufenweise Männer auf dich hetzen Damit komm ich schon zurecht Geh zuerst zum Steuerpult für die Triebwerke und stell die Maschinen auf maximalen Schub Jetzt geht's auch für Dauer, das ist eben so da schon durchgekommen Ich ess deine Finger wie Knackwurst Mann night Oh was funktioniert Irrer Grade ... Okay und weg rasiert den nächsten bitte eine nach dem anderen und noch ein nein da gott weg damit da bin ich auch jetzt gleich nach vorne schweben und die zonen sammeln und gas geben ich habe einen weiblichen scharer auf mich kleiner zu nennen nach dem nach dem nach dem auch da oben du weißt was zu tun ist kammerjäger ah gepanzerte auto ja gut also den ersten schuss hätte ich treffen müssen anstelle direkt davor und er hat eigentlich auch gut gebrauchen manche schüsse sitzen echt eigentlich müsste der ohne probleme so was haben wir denn hier skyrider ich habe keinen platz aber ich habe eine idee kann folgendes machen warte ich kann die ups das war keine absicht wieso kann ich das nicht nehmen den einen also klar ich hatte die legend der gott ach so weil hier im inventar keines dort frei ist da kann ich den hier nehmen und gleich im anschluss benutzen noch gott sortierung warten danke jetzt habe ich wieder ein geht doch nach oben nach vorne gut gut und dann müssen wir hier lang und drauf gär ja generell nach oben komm ich da rüber hier muss ich nicht hin ok geschafft ich habe es ja mal so einen einsprung hier so und jetzt ach so ich muss ihn schießen ach so ich muss ihn schießen ach so ich bin schuld kagel oh ja habe ich jetzt die andere schrot genommen Oh Gott Keine Ahnung, wieso ich zur zweiten Neufe gewechselt habe Oder wie überhaupt das gehen ist Vielleicht ein Mausrand auf ihn gedreht oder so Autsch Ja, aber auf einmal war irgendwie die Hölle Du hast ihn alle hochgesprungen und dann war Party am Start Ja, jetzt habe ich wieder die Richtige Na, ich hole es nochmal Einer weniger Der hat auch sein Schild weg Er hat sofort wieder und, äh, ja gut Das ist zum Geier Keine Chance, ich gehe wieder drauf Ach, kann ich nichts machen Kann ich auch nichts machen Ich kriege die nicht down, ich bin gar nicht in meinen Waffen Die aktueller Kann ich vergessen Muss die irgendwie clearen Ich halte zu wenig aus Aber auch hier hat, wurde mir wieder gesagt Ich hätte die Eine dämische Klasse genommen Für was auch immer Also hat man mir gesagt, seit Das letzte Mal, als ich das erste Mal den Dings genommen Zero, habt ihr mir gemeint, die Klasse wäre kacke Und jetzt hier Meintet ihr, dass die Klasse kacke ist Ich habe immer, äh, wahrscheinlich eine Eigenschaft Keine passenden Klassen zu nehmen Für, ähm, Borderlands Vielleicht die, die halt am wenigsten sind Das war mal so Oh Gott Diese gepanzerten sind einfach krass Kann ich in meinen Legendary Rinks machen So, ich muss jetzt doch wieder hoch, oder was? Ja, ich muss doch wieder hoch Wollte gerade sagen Geht's bestimmt so ein Pad, wo du nur oben fehlen kannst Oh Wenn's krass ist, dass du mit der Schrot einfach so weit schießen kannst Das ist das Besondere an der wahrscheinlich Das ist heftig Aber glänzhaft Ah, dafür halt nur drei Schuss Jetzt werde ich hier hochgeschmissen Jetzt kann ich hier hoch dafür Nein Nächster Versuch Und Jump So, jetzt wieder nach oben Ja, also, ja, ich war schon, um Ich hätte einfach nur drücken müssen Also, ne Typen hoch Ja Dann ist es gleich geschafft Ja Hier drauf Ach, das Ding Das hört sich gut an Mach ich Aber am nächsten Video Bis dann Das kann